Dann Mark Er cracked bei dir Mark Dead on me Ich bin der Beste gerade Mark den bekommst du Ich bin soo gut geworden Wo ist der andere? Der ist da immer noch Ich mach nen Clip Der ist da ganz hin Fall doch Crack Ich bin weg So eine erste Runde Lobby in Cups White Nochmal White Nochmal White Er heißt einfach Mr.FreshHalfAsian Ich hab ihn fast Sergio 10 Habt ihr ein bisschen Metz? Ne Digga Du 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 Mach doch jetzt Digga Komm bitte ohne Trollen jetzt Junge auf Tschau Ey das ist wach Digga Den Fick dich aufs Maul Wer war das? Okay komm wir gehen alleine Nein? Ja Ja Mark Tschau tschau Und noch Komm nochmal Ich hab noch nen Impuls Wieder schauen und rein gehauen Ich hab keine Metz mehr Komm her Komm her Bitte Bitte Mit mir Gegner Mit mir Mit mir Mit mir Ich bin tot durch die Wand Ich geh dir auch so rein getreu Also ich weiß ja nicht mehr Blas hat Nullkills Ja Jack Paul ist ja nicht mehr Er mit Nullkills am Start Ich hab euch beide einfach runter in die X Blas und Mark runter in die Was machst du denn? Hast du mit dem Bug gesehen Blacky bitte? Nein Ich bin grad Metz Bitte Bau doch Bau bei mir Ich bin nicht ganz Er hat keine Metz Also die Metz war Lars Ganz Team High Concentrator Nein Nein Bitte Nein Nein Red Bitte Komm Bitte Bitte Ja 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 Ich hab 3 Metc Ich komm ob der Fisch ist hier nicht nah Warte Er hat Zero Ping gehabt Hinter mit dem Team Digga Hä Gegner on me Und IO Guards IO Guards sind stärker als die Gegner hier glaube ich 27 on Hyde Bei mir sind 10 Gegner Ich muss erstmal hier gegen meine fighten Ich weiß du fightest Ich weiß Ja ich weiß Der droppt nicht Der droppt nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich muss sicher kurz 1 E3 Ich muss sicher kurz 1 E3 Die Gegner sind besser in Public als in Arena gewonnen. Ja die Gegner sind so kacke. Ich bin wirklich echt auf Lars kommt. Hatte 1k wieder. Ja bei Lars war es gerade so. Und die Iogas, die sind noch schlimmer. Guck mal wie schlecht ich bin. Was sind das für Typen? Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich wurde angesniped. Hast du davon. Hast du tot oder? Cracked on me. Cracked on me. Ist du tot? Die Leute sind halt echt nicht kacke. Ich hoffe die Typen sind ultra kacke. Also bis auf der. Er ist 1 shot. Der ist wieder attack, die will ich. Angetrackt, los. 31 white, 31 white, 31 white. Hast du es gesehen? Im Bounce habe ich gesnipen. Ja, ich wollte ihn auch snipen. Ich habe keine Sniper schüsse Lars. Bitte. Danke. Korrekt man. Hä, wo sind die? Putten sie voll hoch. 31. Auf Ansage habe ich sie in den Kopf gesnipen. Tod liga. Ich bin noch ein Hyde, ich bin noch ein Hyde. Ich bin noch ein Hyde. Joach, das liegt so. Wie komm dabei? Wärst du jetzt drauf? Ich warool nicht. Boah. Ich bin tot. Was? Digger sag doch, dass es anfängt. Jetzt kannst du aber richtig deine Curves grooven. Ja, im Steamy-Tal. Ja. Zwei Sniper. Storm, zwei Sniper. Ich groove die Groobies in Steamy. Was? Was? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Komm runter. Guck, 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 guck. Let's go, Digger. Ich sag da nur, konstant sterben, meine lieben Freunde. Paar Tipps für morgen. Einfach, konstant sterben. Oh mein Gott. Konstant sterben. Naja, das sag ich jetzt lieber nicht. Das kann ich als Intro machen. Was wie shit kann man sein? Machst du schon geholt? Wie? Weiß ich nicht. Ich hätt' angesch... Angesnipet? Okay. Angeschossen. Oh. Ich sneeke, ich sneeke, ich sneeke, ich sneeke. Ich hab' daneben gefasst. Ich komm zu dir. Crack, 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 crack. Nice. Let's go. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott. Shakedown, shakedown. Let's go. Wir sind so gut. Außer Mark. Let's go. So. 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 Ich bin besser als du, weil ich mich nicht dämte. Oh Gott, das ist so gut. Die sind schlecht, die Gegner. Ich bin echt gut, die Gegner. Was sind bei Trios für Gegner unterwegs? Ich habe den Lachlöch meines Jahres und die hohen Gegner. Das war so ein Perfekt-Hiving. Oh je. Und das ist schon mit dem Highlight. Unoffiziell. Ich habe unbedingt den Apex Draw als Tasty Pool. Ganz wichtig für mein Leben. Das hast du dir gleich cool geholt. Einen von Deck Force hat er gekriegt. Keine Ahnung. Du hast uns auch wieder den Stuhl geholt. Deck Force. Echt? Ja. Neu. Verkrediktet einfach. Das wusste ich gar nicht. Der ist Headstand. Kennt man den. Natürlich. Wer ist das? Keine Ahnung. Liga. Ist das auch ein Krab bei dir? Vielleicht ist die Lüchel die ganze Zeit cooler. Aber damit du nicht wirklich spielen kannst. Wow. Das war ja wirklich cool. Wie alt bist du so? In zwei Jahren? Ja. Ja. Wie alt bist du so? In zwei Jahren? Wie alt bist du denn vor zwei Jahren? Was? Die Alkofahrzeuge haben bis. Bis? Ja. Hä? Mann, ich wollte nicht zulabern, dass du mich so richtig fliegen kannst, aber du hast die Trotzin-One-Retreat. Ich hab die Trotzin-One-Retreat. Ja, du hast gerade gesagt, ich hab gesagt, Eli, jetzt wollen wir spielen, soll ja akneulieren, wir spielen Trio-Arena. Ja, wir praktizieren gerade Trio-Arena. Keine Chance.